Die nächste Einstellung, um einen gesunden Arbeitsplatz zu erreichen, ist der Abstand zum Tisch. Das heisst, du möchtest nicht so arbeiten, genauso wenig möchtest du auch irgendwie so arbeiten, sondern du möchtest, dass du einen optimalen Abstand zu deinem Tisch hast. Ich habe gerne den Bauch direkt an der Tischplatte und dass ich meine Arme schön so positionieren kann. Dann habe ich den optimalen Abstand Tischplatte bzw. zum Tisch und bin nicht zu weit weg. Ich vermeide irgendwelche Verspannungen, ich vermeide irgendwelche Anspannungen im Nackenbereich, im Schulterbereich usw. Ich habe eine natürliche Haltung, auch sehr eine aufrechte Haltung in dieser Position. Je weiter weg, dass ich gehe, desto runder wird der Rücken hier oben und desto unangenehmer auf die Dauer wird mein Arbeitsverhalten. Genauso wenig, wenn man vielleicht das da so arbeiten, das ist auch eine Anspannung für die Arme. Möchtest du nicht auf die Dauer ausüben, möchtest du verhindern, wenn du viel arbeitest. Das heisst, gerade hinsetzen und eine gerade Haltung. Bodenkontakt mit beiden Füßen haben, dann bist du optimal platziert.